Hallo! Ich habe gerade getestet, wieso der Ton hier ist, wenn ich das Mikrofon wieder umbaue, weil ich habe das letzte Mal wieder umgebaut und deswegen habe ich etwas minimales doof gesondert. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, schauen wir mal zu den Kühen, wie weit die schon wieder sind. Wir brauchen jetzt schließlich das Leder. Krass. Jetzt. Dummes Viech. Dummes Ding, Alter. Ich sollte auf jeden Fall wieder ein bisschen lauter sein. So, hallo, meine Mädels. Es sind sogar die kleinen Kühe, auch schon wieder große. Hat jetzt jeder, wen noch wer? Das ist schon so großartig. Super! Wir werden, wie ich ja gesagt habe, demnächst hier so alles hier abtragen. Da hätte ich jetzt ganz Lust. Da fange ich jetzt dann gleich an damit. Ich bin gerade noch so am Bienen gewesen. Jetzt so, ach, spontan machen wir jetzt das so. Ja. Äh, doch, ich möchte das machen. Ein bisschen Abwechslung reinbringen, passt dann auch. Auf jeden Fall, wenn ich das so nachdenke, könnte ich mir auch Kartoffeln backen, da ich das ja auch immer so gern mag. So, ein bisschen Eisen. Machen wir mal hier so fünf Schaufeln. Hier wird auch gleich wieder da. Eisen. Nimm mal Eisen. Zinn. Ist bestimmt irgendwas schon wieder fertig hier. Zerbrösler. Naja. Ich dachte eigentlich, dass da schon mehr fertig wäre. Aber. Es schaut so aus. Als hätten wir, ob sie nicht so viel. Sometimes. Äh, nicht so viel. Energie gehabt. So. Ich muss niesen. Aha. So. Sechs. Fünf. Zehn. Man muss nicht verstehen, wie ich rechne. Wird es jetzt gleich schon wieder nacht? Es wird nacht. Deswegen kommt es hier nicht so mit der Energie. Hab ich zu lange gebraucht. Nein. So lange zwischen den Zeugen gebraucht zum Haufen nehmen. Nein. Dann wurde wieder nacht. So. Achja. Dann kann ich ja das andere Zeug hier auch gleich schon wieder wegräumen. Braucht mehr hier nicht. Rollhaben. So. Jetzt tragen wir hier mal eben kurz. Bisschen was ab. Das macht mir hier auf jeden Fall noch alles viel schöner. Ich bin schon echt so super toll. Ja. Erstmal hier so anfangen. Und dann. Doch wieder so. Hey. Jetzt haben wir es dann doch anders da. Und ja. Und nun gut. Passiert. So. Ich hoffe man hört mich immer noch wunderbar hier. Auch wenn ich sie jetzt mit der Erde abkabe. Aber ich finde es echt mit der Erde hier richtig scheiße. Also ich finde es immer, dass das so scheiße aussieht. Das kann ich schöner machen, wenn da keine Erde ist. Obwohl ich eigentlich sowas haben wollte wie so ein Hobbit-Haus oder sowas. Aber das funktioniert halt auch nicht so wie es werden möchte. Das wäre vielleicht eher was im Life in the Woods. Weil man dann die Karte und das Block gehabt hat. Nee. Haben wir aber hier nicht. Und von daher wird das immer komisch eckig. Und komisch, komisch, komisch. Komisch. Oh. Und da war noch ein Zettel. Super. Oder fühlen wir hier auch noch tatsächlich? Äh. Baumwolle. Was war noch mal das Wort für Karten? Baumwolle. Genau. So. Und ja. Und wir bauen jetzt auch nicht so viel Erde weg. Nur mal ein bisschen. Jedes mal ein bisschen. Dann kommen wir ja auch weiter. Aber ich glaube das haben wir schon mal bemerkt, dass ich hier nicht so. Hey. Jetzt paar Folgen nur resten. Jetzt paar Folgen nur resten. Ich bin ja eher so immer nur ein bisschen. Dann wird das dann auch. Mir juckt meine Nase. Was soll das? Ach. Wieso. Das ist so wenn man mal kurz was macht. Das ist genauso wenn man die Finger dreckig hat. Oder die Hände dreckig hat. Dann fängt es auf einmal an hier irgendwie zu jucken. Mitten im Gesicht. Das ist so übelst so trollface. Life is trollface. Das Leben verarscht dich. Das Leben mag dich nicht. Na ja. Schau mal. Ja. Ja. Gleich haben wir dann das eine Ding hier weg. Wie ich mir hier die Mühe gegeben habe, dass das hier einigermaßen so bleibt und dann so okay, nee, das bereitet sich doch mal ab. Na nun gut, die Meinungen verändern sich. Und ich glaub das sagt auch Gronkh. Also hey. Das wird wahrscheinlich eh nicht so bleiben und das verändert sich alles. Und ja. Das machen wir schon. Wir machen das schon, dass es irgendwie passt und dass es mit dem Mikro auch schon. Auf jeden Fall kann man dann einfach ein Dach bauen und ja. Ich liebe es Dächer zu bauen. Also nicht. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwelche Leute gibt, die es mögen. Ich mag es nicht mal einen Creative Dächer zu bauen. Ja. Obwohl ich da fliegen kann. Und das war ja. Was ist hier? Sehr interessant. Sehr interessant. Erden. Ja. Erden. So. Hier. Ich hab mich jetzt nicht recht. Wie weit das denn da rüber geht. So zur rechten Seite. Wenn ich das dann hier abgebaut hab. Ob man da das noch mehr sieht. Aber das wollen wir dann auch dem nächsten Mal sehen. Hey. Es sind das jetzt nur sieben Minuten. Ja. Wo ich hier da mich mit Erde beschäftige. Das könnte schlimmer sein. So. Ich glaub ab hier geht das hier rüber. Aha. Hier wieder weiter. So. Das endet hier dann so ziemlich. Sollte es. Mal schauen wo man da rauskommt. Da haben wir das eine da schon mal fertig. Ich fang jetzt da gleich bis nach draußen ausschauen. Sollten es auch nur noch drei Schaufen sollen. Immer schön auf Losenheiten. Wenn ich das in Grasblock anschau. Denk ich dran, dass ich schon mal ein Video gesehen habe zum Grasblock Kuchen. Also so Minecraft Grasblock Kuchen. Irgendwann mach ich immer sowas. Irgendwann wenn ich mal backen kann. Also backen kann nicht wie backen kann Zeit. Backen kann. Backen kann. Backen kann. Backen kann. Äh. Also wenn ich backen könnte würde ich backen. Also jetzt auch nicht gegen Platz. Sondern naja. Manche können es halt. Manche können es halt nicht. Und ich bin halt irgendwie so halbwegs an der Erne. Oder ich mach das einfach so creative. Einfach mal so ein paar Sachen rein und dann kommt dann irgendwas raus. Ob es dann noch irgendwie mehr. Ob es dann auch schon wie Kuchen ist halt dann fraglich. Auf jeden Fall gibt es irgendein Ergebnis. So. Schau mal her. So. Da haben wir es doch auch schon gleich. Wenn wir hier auf die Minimaps schauen sieht man das ja auch. sieht man dann auch schon mal einen Fortschritt. Auch wenn es jetzt hier nicht ganz so ausschaut wie Fortschritt. Aber ich finde es echt. Schaut echt auf jeden Fall besser aus. Und wir kommen voran. Wir kommen voran. Auch schon mal gut. Wann ist denn das immer Tag voll? Noch nicht. Zu viel Erde. Wann ist denn da was immer Tag voll? Wann kann ich damit aufhören manchmal? So. So. Abwechslung reinbringen. So ein bisschen Kreis rum. So. Haben wir es ja auch schon gleich noch mal rein. Vielleicht können wir rein oder so. Sehen wir jetzt gleich in der nächsten Reihe. Oh. Da haben wir auch schon wieder Minecraft. Muss ich. Mhm. War ja gerade noch die ganze Zeit ruhig. Michiak. Und der Dirt. Okay der hat sich gecrashed. Aber er hat halt etwas von sich gegeben. Also. Einen Sound gehabt. Und wie viel ist jetzt? Drei. Sechs. Oh. Das ist auch sehr interessant hier dort abzugraben. Aber was muss das muss. Ich denke schon wieder an Gronkh. Ja, ich denke viel an Gronkh. Ja, ich schaue auch viel Gronkh. So, nein, ich möchte jetzt keine Werbung machen. Aber okay, der braucht auch keine Werbung. Er braucht auch keine Werbung. Der wird auch geschaut ohne Werbung. So. Der wird auch geschaut, wenn er nur Mabel abtreibt. Zumindest von mir. Von anderen auch, aber ich hätte da kein Problem damit. Ich finde den Gronkh toll. Schon alleine von den Sachen, was er so erzählt. Schöne Stimme und hat schön was zu sagen. So. Und ich rede einfach nur immer Müll. Also ich finde das jetzt nicht Müll, was ich gesagt habe. Aber so zwischenzeitlich immer wieder so. Einfach nur random Müll. Was ich mir halt so denke. Nicht alles, was ich mir so denke, sonst würde ich nicht mehr fertig mitreden. Aber naja. Aber hintergegen, ich bin echt ein guter Unterhalter. Zumindest selbst Unterhalter. Ja. 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 Ich denke ich will das Hammer das hier. Ganz nice. Ich bin immer nur müde. So. Es ist übrigens jetzt 10 Uhr 2. 10 Uhr 2. 2... 2 Minuten. Heute einmal Dienstag. Und das ist heute die zweite Folge, die ich aufhöre. Und ich frage mich, ob der Sound hier jetzt wirklich besser klingt oder nicht. Ich habe eine Testversion gemacht, ja. Ich habe es getestet. Für mich klemmt es gut. Aber wie es heute für euch jetzt klingt, wenn man es noch länger macht. Ich habe da keinen dort abgegraben in der Testfolge, aber okay. Das werden wir ja dann sehen. So, wie weit haben wir denn das hier dann noch? Erstmal hier anschauen. Schaut jetzt so aus. Echt. Ein bisschen rüber. So. Ja, man könnte da auf jeden Fall ein schönes Haus machen. So. Räumen wir die Dirt hier auf. Okay. Das ist doch fast voll. Haben wir schön getimed. Zwei Dirt Moor. Mehr. Und wir hätten das dann mehr oder weniger. Es ist Nacht. So ziemlich, ja. Es ist so ziemlich Nacht. Lass mich jetzt schlafen. Ich würde jetzt Tag haben, bevor ich die Erde aufräume. Kann es doch nicht sein. Hallo? Es ist Nacht. Vielleicht. Sag ich doch. Super. Erde war hier. Genau. Ist das jetzt die zweite? Nein, die erste. So. Jetzt hat er gleich die zweite auch gleich voll. So. Genau. Jetzt. Jetzt. Oder dritten Anfang. Dann mal Revelle. Ich. Mir juckt meine Nase. So das und das und das. So sortieren. Den Rest von mir mit hab. Oh, wenn ich sortieren. Super. Schauen wir mal hier. Wie weit geht das hier mit dem Dach? Haben wir gesagt. Ich glaub das ging so ziemlich. Bis hierher. So. Gut. So. Dann mal da rüber. Ich krieg jetzt ja die Schütze so aus als wenn er total viele Kühe auf einem Haufen. Aber ja. Also vor mir. Nicht neben mir. Also die Hälfte sind dann neben mir. Aber. Die ist ja auch neben mir. Das ist schon so wie es ist. So. Hier entlang noch. So. Damit wir das sehen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Dass das schöner ausschaut. Dann außen rum. Das wird dann auf jeden Fall. Das dauert halt auch so ne Zeit. Das dauert auch so ne Zeit. Das dauert auch so ne. Lustiger ist wenn man hier aufnimmt. Die Zeit vergeht auch immer wie im Flugel. So. Ja du machst gar nicht so viel Minecraft. Und trotzdem so. Hey. Ach. Ist jetzt schon wieder so lange. Hm. So. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Also hier. Das ist auch doof. So wir hier nochmal runter. Äh. Aber hier nicht irgendwie so. Und das hier. Ich. Das hier dann wieder wegmachen. So. Da können wir mal demnächst anfangen, oben noch ein bisschen was wegzumachen. So oben ein paar Reihen hier wegzutragen, damit es hier nicht zu viel ist. Zum Beispiel die zwei Reihen hier. Ah, wir hören dann eh auch so weit hier die Schaufeln verbrochen. Das ist jetzt auch die letzte Schaufel. Man muss ja nicht übertragen. Ansonsten, naja. Ich brauch auch abwechseln mehr. Ich bin dann so wie ihr. Also ich hoffe zumindest, dass ihr auch ein bisschen abwechseln wollt. Übrigens, was mir aufgefallen ist, es gibt gar nicht so viele Deutsche, die hier meine Videos anschauen. Meine Videos werden meistens von irgendwelchen anderen Leuten angeschaut. Also von Leuten aus Indien, ja zum Beispiel. Oder aus Kanada, aus Amerika, aus Russland. Ich glaub es gab sogar jemanden aus China. Und natürlich aus Schweden. Oder halt, ja, Österreich gibt's auch. Aber, naja. Ich frag mich wieder die Leute. Ich frag mich echt mal wieder die Leute aus China oder so drauf kommen, meine Videos zu schauen. Wenn es echt fast keine Deutschen gibt, die meine Videos schauen. Aber nun gut. Ich schau auch mal für andere Videos auf die Leute, zum Beispiel aus Russland. Ich verstehe da zwar gar nichts. Aber wenn ich Hilfe brauche wegen irgendetwas, irgendwie komm ich dann auf die Videos und dann... Ich weiß noch mal, man hat doch schon mehr. Wobei es hier eigentlich nicht unbedingt gerade zeigen, wie es funktioniert. Sondern hier einfach so... Bau, wie es mir halt gefällt. Großartig. Na ja. Wir gucken's wahrscheinlich auch nicht nur ein einziges Mal. Gucken das einmal an und dann sag ja. Da guck ich doch ein anderes Video. Das ist ja... Allerdings ist mir heute aufgefallen, dass es jemanden gab, der mich, also, entabonniert hat. Ich frage mich, wer das war von meinen 21 Abonnenten. Beziehungsweise 22 Abonnenten. Jetzt hab ich noch 21 Abonnenten. Ich muss dazu sagen, einer von meinen Abonnenten bin ich, ja. Ganz stolz so selber abonniert. Da muss ich gern dran denken, wenn so ein YouTube-Simulator-Dingen sind, ja. So, so. Ah, ich mag euch alle. So, ich abonnier mich jetzt erstmal selber. Ja, es gibt Leute, die tun das. Also, ich. Aber, ja. Ich hab auch nur einen anderen Kanal. Von daher, von meinen 21 Abonnenten, einer ich. Ist auch egal. Das haben wir auch schön geschafft, so wie ich das hier wollte. Das eigentliche abtragen. Super aufgegangen. Hab ich's eher schön gemacht. Ist dann noch Stroh? Nein. Also, beziehungsweise Heu. Ach, wir könnten doch auch hier gleich noch das Zuckerrohr auch noch mitnehmen. So. Weil wir hier dann schon schön unter Arbeiten sind. Ich hab hier noch ein bisschen abgehauen. Da machen wir dann nichts wieder was interessanteres. Was? Mir juckt meine Nase. Ich weiß, ich kann auch nicht nerven. Das ist, das nervt mich. So. Ach, hier. Wir haben ja das Captain auch schon bald fertig. Das Captain fällt. Bald ist es fertig. Juhu. So. Pampken mitnehmen. Upsa. Es hat geleckt. Nein. Mein Gott, eigentlich wollte ich ja gestern aufnehmen, weil ich ja auch immer die Videos hochladen am Montag. Ich hatte nix im Vorhaus aufgenommen. Also dachte ich mir so, hey, mach ich das doch gleich am Montag. Es war so heiß. Dann dachte ich mir so, nee. Also es ging absolut gar nicht. So leicht es mir tut. Deswegen hab ich dann heute aufgenommen. Mit einem Tag Verspätung. Aber ich glaub, das macht jetzt auch nix. Guckt eh im Moment keiner. Von daher eilt das ja nicht. So. Also es gibt zumindest keinen, der es intensiv jedes Mal guckt. Ab und zu schon. Aber nun gut. Ich guck auch nicht immer Videos. Wir sollten hier irgendwie die Pumpkins da drin. Können wir noch essen. Und die da rein. So. Ein bisschen anders dahin setzen hier. Und dann machen wir hier wieder die Erde rein. So. Da. So. Sehr schön. Was essen. Wir müssen mal was anderes zu essen. So. Wir könnten. Ach ja, ich wollte. Ach ja, ich wollte. Hm. Haben wir. So immer alles zu anfangen. Dazu brauchen wir auch Leder. Hm. Können wir mal das hier nehmen. Und 15. Da kam ein Auto. Da kam ein Auto. Ich frage mich, wer das ist. So. Das Auto läuft immer noch. Ach. Das ist der Postbote. Ah. So. Hier. Schwert. Habe ich jetzt eigentlich nicht? Ich habe ein Schwert mit Looting. Warum? Bin ich denn so verplant hier? Das ist doch mein Schwert mit Looting. Ich frage mich, ob ich das hergekriegt habe. Ich kann mir hier Bücher machen, die hier einigermaßen nicht so dumm sind. Elf Level. Es ist lustig, dass es hier immer so auch unterschiedlich ist. Ach ja. Ich brauche sowieso noch sehr viel mehr Bücher. Da ich hier auch nochmal fertig machen wollte. Hm. Also. Brauche ich da eigentlich großartig auch nicht hier. So. Wo haben wir denn das Weizen? Da. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt eine ganze Weizen los habe. So. Es schaut so komisch aus, wenn das Zucker auch so klein ist. So. Hallo, meine Küchen. So. Hallo, meine Küchen. So. Es ist dann noch mehr, was man um mich halten kann. Hallo. Ich will nochmal. So. 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 Ich bin erstmal wieder schlafen. So. Ich sollte das vielleicht auch in Green Life tun. Ich sollte das vielleicht auch in Green Life tun. Ich sollte wieder schlafen gehen. So. Und da haben wir wieder morgen. Und dann gehen wir mal und werden hier mal schön fröhlich Leder besorgen. weil wir ja schön lieb sind. So Vegetarier und so. 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 Deswegen möchten wir hier. Okay. Ne? So Vegetarier freundlich hier Leder gewinnen. So. 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 Ich tue eurer Mutter nichts. Ist okay. So. So. Ich tue eure Mutter nichts. Ist okay. So. Funktioniert super mit dem Looping! Ich bin so froh, dass ich hier Looping drauf habe, wirklich. Okay, dann bocken den ganzen Teilchen Leder zu fahren. Riesen groß sind. Ich frag mich angsthaft. Denk ich? Ja. Der kommt hier ganz schön voran mit dem Leder. Kann man nicht klagen. Denk mir jetzt nur so hoffentlich schlachte ich hier keine Mini-Kuh. Das wäre echt schade. Es sind auch überall die Mini-Kuh. Was soll das denn hier? Oh, das schaut so traurig aus. Irgendwie ist das schon ein bisschen traurig. Tut mir leid. Die arme Kuh. Dann laufen die da alle zu der Mutterkuh hin. Oh mein Gott! Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich bin böse. Ich bin böseartig. So. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Paff. Schön Vegetarierfreund. Drei Stecks Leder. Super. So. Dann machen wir doch mal was Sinnvolles. Also zum Beispiel hier so ins Haus gehen. Wie haben wir's denn hier? Und das sind wir fertig. Hier ein bisschen Fleisch. Also. Mir juckt immer noch meine Nase. Ja, also. Packen wir das Schwert wieder weg. In Formas verlieren. Und dann wollten wir uns hier das da mitnehmen. Das hier. Wir wollten das da haben und das da. Dann wollten wir mal zählen. Wir wollten rechnen, weil wir das ja so gut können. So. Eins, zwei. Wo heißt die lila denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, die Grünen haben wir eh schon. Oh. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. So, vierzehn mal drei ist, äh, vierzehn mal drei ist dreißig, zweiundvierzig. Also laut meinem Gehirn ist das zweiundvierzig. Also machen wir zweiundvierzig Bücher. Mach mal das mal. So. Irgendein lila. Haben wir gesagt, ja? Ich geh einfach mal davon aus. So. So. Und. Hier. Komm mal nämlich hier auch mal voran. So. Sehr schön. Jetzt hat er total viel Holz übrig. So. Ich, 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 ich. So schade, dass wir hier keine Schüssel haben. Könnte man nämlich das hier auch anders dann machen. So hab ich hier zwei übrig. Ich. Ich bestimmt irgendwo was falsch gezählt. Nun gut, schon haben wir halt zwei übrig. Passiert. Wenigstens ist es von den Büchern her aufgegangen. Ich muss mal mal einschlauen. So will ich es nicht machen. Alles schaut doch nicht schlecht aus, oder? Also ich find's zumindest nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht langweilig. So, mal gucken... Wenn ich jetzt hier das rein da tun würde... Dann auch bloß nochmal 12. Wieso? Weil das vielleicht so 12 ist? Anscheinend... Hm. Aber wenn wir ja noch nix 30 haben... Noch nix 30! So, das hier sortieren... Das da rein... Der Rest hier gleich da da rein... Das Holz... Sortieren... Dann wollten wir Stöckchen bauen... Ach, wir haben ja total viel Rubberwood! Englisch! Hm... Ich... Ja, auf jeden Fall wollten wir auch Stöckchen haben. Dann machen wir jetzt auf diesen Stöckchen mal eben kurz... Noch... Item Frames... Zumindest ein paar... So... Ein paar zumindest mal... Von Anfang... Sechs ist jetzt auch nicht so viel, aber... So... Ein bisschen... Hammer... Zumindest nochmal was drin haben... So... Da... Da... Und da... Haben wir da auch schon was drin? Nein... Nein... Aber bald... So... Hier... Und... Da möchte ich was haben... Da haben wir sonst noch nix... So, haben wir denn hier Kisten? Da haben wir noch nix drin. So... So... Und... Wir machen... Da ist ein Zombie irgendwo... Und... Der ist da drin? Ja... Das ist da drin? Ich habe hier einen Hohlraum. Unter mir ist nichts. Tja. So super. Wie schön gemacht. Das kann ich dazu machen. Wie schön gemacht. Das muss ich selbst loben. So. Mh. Bauen wir das. Hier hin. Und da ist Rüstung dran. Ups. So. Super. Warum hat das da noch? So da haben wir so ein Steinchen. So. Aufstein. Erde. Erde, Erde, Erde. Oben drin. Da haben wir Sand. So. Ja. Ich notieren wir das einfach hier mal. So. Sehr schön. Sand und Kies. Wird das doch hier auch schon leer? Schaut doch schon besser aus. Wunderbar. An dieser Stelle beenden wir das hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.